Ich möchte mal ohne Maske vor euch stehen, also generell auch im Publikum sozusagen sitzen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein darf. Ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen hierher gekommen seid, ob ihr irgendwie ein bisschen befangen wart. Letzte Woche haben wir das ja erlebt bei unseren Schülern, die ja zum ersten Mal komplett als Schüler wieder in einer Klasse waren. Die waren doch ein bisschen befangen, wenn man sich über Monate nicht gesehen hat. Ich denke, euch geht es ähnlich. Aber wenn ihr hier sitzt heute Morgen, dann sieht man ja wirklich die Treue Gottes, dass Frieden und Einheit in unserer Gemeinde erhalten geblieben ist. Auch wenn wir an zwei Standorten sind, jeder ist hierher gekommen und sehnt sich nach Gemeinschaft, sehnt sich nach Gottes Wort, durch Gottes Wort ausgerichtet zu werden. Und da bin ich froh, dass man sich heimisch fühlen kann. Nicht nur, weil ich den einen oder anderen Bekannten, ich habe ja Schüler hier getroffen, Arbeitskollegen hier getroffen, Leute aus früheren Gemeinden trifft man hier wieder und ich treffe euch wieder. Und da bin ich sehr froh, dass ich mich hier heimisch fühle, muss ich wirklich sagen. Ja, jetzt bitte ich um die erste Folie und ich hoffe, mit der Technik kloppt das heute alles. Ja, ich möchte mit einem Zitat beginnen. Ich kann, können wahrscheinlich nicht leider nicht alle hier den Beamer verfolgen. Ich versuche so gut wiederzugeben, was man dort sehen kann. Ja, es ist ein Zitat. Ein halber Christ ist ein ganzer Betrüger. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Zitat schon mal gehört? Ein halber Christ ist ein ganzer Betrüger? Von wem könnte dieses Zitat stammen? Habt ihr da eine Idee? Wer so ein bisschen belesen ist, hat das Zitat vielleicht schon mal gehört. Die Rita überlegt. Ja, schon ganz gut. Ja, es ist ein bekannter deutscher Jugendevangelist. Ich würde sagen, der bekannteste deutsche Jugendevangelist, der ein Buch geschrieben hat. Ich glaube, fast 50 Auflagen in über 30 Sprachen meines Wissens übersetzt. Kommt er da inwie weiter? Ja, Wilhelm Busch. Also wer mich kennt, der weiß, Pastor Wilhelm Busch, das ist ein Mann, der mir besonders am Herzen liegt. Für mich ein sehr vorbildlicher Mann. Das möchte ich heute auch mal darstellen. Und er hat ja ein ganz besonderes Buch geschrieben, Jesus, unser Schicksal. Das ist ein Buch, wenn ihr Spotify zu Hause habt, dann könnt ihr das sogar hören. Das gesamte Hörbuch von Pastor Wilhelm Busch. Jesus, unser Schicksal kann man hören. Das geht über mehrere Stunden. Da muss man sich nicht die Mühe machen, Seite für Seite durchzublättern, sondern man kann es sich einfach vorlesen lassen. Naja, wir leben in modernen Zeiten. Ich finde, das kann man ja machen. Es ist gut. Ja, Jesus, unser Schicksal. Darum soll es mir heute gehen. Und jetzt ist die Technik. Sonst müsst ihr da weiterklicken, wenn es bei mir nicht klappt. Ja, ich drücke eigentlich fleißig hier. Da macht ihr einfach weiter. Ja, Jesus, unser Schicksal. Also, wenn man den Pastor Wilhelm Busch, den Namen Wilhelm Busch hört, dann denken viele an einen ganz anderen Wilhelm Busch. Die Kinder, die gucken hier. Ich weiß nicht, kennt ihr diese lustigen Männchen? Wisst ihr, wer das ist? Dann sagt es mal ganz laut. Max und Moritz, ja. Also, ein Wilhelm Busch hat auch diese Geschichten geschrieben von Max und Moritz. Aber es geht mir eigentlich um einen ganz anderen Mann, nämlich um den Pastor Wilhelm Busch. Und dieser Maler oder dieser Zeichner oder der diese Geschichten erzählt hat, dieser Wilhelm Busch, naja, es war eigentlich ein ganz übler Kerl, muss ich fast sagen. Ein sehr unmoralisch lebender Mann. Ein Mann, der gespottet hat über die Kirche. Deswegen, vielleicht kennt ihr das Buch, die fromme Helene. Da hat er sich lustig gemacht über den Glauben der Wilhelm Busch. Und wollte halt, war so Kummer für seine Eltern, sollte, glaube ich, Bauingenieur werden. Hat sein Studium aber abgebrochen und hat sich dann als Maler so gesehen. Ja, und dann ist er eigentlich nicht so großartig anerkannt worden. Und so kann man sagen, das ist sozusagen ein Name, ja. Und zwar völlig andere Wege. Wenn wir an Wilhelm Busch hören, also ihr müsst einfach weiterklicken. Noch eine weiter, bitte. Ja, also ein Name, aber zwei Lebenswege, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Ja, der eine, der so ein ganz verqueres Leben geführt hat, dieser Maler und Charakterist oder Wilhelm Busch und der Pastor Wilhelm Busch. Und das sind nicht ganz verschiedene... Ah, das fehlt ja, der Funker, ne? Dankeschön. Super. Ja, also zwei ganz unterschiedliche Ewigkeitswege. Ich denke, der eine, da bin ich mir ganz sicher, dass Pastor Wilhelm Busch die Ewigkeit bei seinem Herrn Jesus verbringen wird, bei Gott. Und wir werden dann auch Pastor Wilhelm Busch wiedersehen. Und bei dem anderen Wilhelm Busch glaube ich nicht, dass er den Herrn kannte. Und ihr kennt ja hier das bekannte Bild von den beiden Wegen, ja. Der eine, der Zeichner, der Erfinder von Max und Moritz auf dem breiten Weg der Welt Richtung ewiger Verdammnis, Richtung Hölle. Da spricht ja heute auch keiner mehr von, oder kaum noch einer von. Dass es die Hölle geben wird. Und da ist unser Pastor Wilhelm Busch ganz anders. Das werden wir gleich sehen. Für den war, ist die Hölle wirklich eine Wirklichkeit. Und er hat Menschen zu Jesus Christus eingeladen, aus dem Ernst heraus, dass es wirklich ein Verlorenen gehen geben wird. Und die Frage ist für uns heute, und das ist mir ganz wichtig, dass egal, ob du drei, vier, ob du Jahre alt bist, ob du Teenager bist oder ob du 60 bist oder so, dass du wirklich dich heute fragst, ganz ernst, auf welchem Weg bin ich eigentlich wirklich? Bin ich auf dem schmalen Weg zur ewigen Seligkeit, wo wir Gott sehen werden? Oder bist du vielleicht doch noch auf dem Weg, der zum Verlorensein führt? Das ist die wichtigste Frage. Deswegen, Jesus Christus ist unser Schicksal. An ihm entscheidet sich, wo du deine Ewigkeit zubringen wirst. Ja, das ist eine Frage, die sollte dich nicht locker lassen. Wenn du in der sechsten oder siebten Klasse in der Schule bist und du weißt gar nicht, wie du zu Jesus stehst, dann frag dich heute Morgen, wie ist Jesus wirklich mein Herr? Weiß ich wirklich, dass ich gerettet bin? Ja, darum soll es heute Morgen in erster Linie gehen. Ja, was den Pastor Willem Busch angeht, da wollte ich euch mal fragen, was wisst ihr denn über den Mann so? Ihr kennt natürlich jetzt sein Buch, Jesus, unser Schicksal, das habe ich jetzt mehrfach erwähnt. Was wisst ihr denn über den Pastor Willem Busch? Habt ihr da so ein paar Schlaglichter? Ich meine, ich habe eine ganze Menge vorbereitet, ich werde euch eine ganze Menge über ihn noch erzählen. Ich erzähle es nicht nur einfach so, sondern weil ich da geistliche Wahrheiten drin entdeckt habe in seinem Leben, Dinge, die mir vorbildlich sind, die mir wichtig sind, die ich euch heute Morgen ans Herz legen möchte. Aber vielleicht wisst ihr was über Pastor Willem Busch. Du überlegst gerade, fragst deinen Mann, ob du richtig liegst. Habt ihr was gehört über den? Ja? Ja? Ja, schon ganz gut. Okay. Ja, ist schon eine Menge richtig dran. Also Essen im Ruhrgebiet, ich bin ja im Ruhrgebiet geboren, das wissen vielleicht manche von euch noch in Herne, also gar nicht weit weg. Und ja, das ist gut mit Essen, aber geboren ist ja woanders. Jetzt hoffe ich, klappt immer noch nicht mit der Technik, ah doch, jetzt klappt es. Geboren ist ein Elberfeld. Also ich habe ja mal die Bibelschule besucht in Wuppertal, das ist ein bisschen von der evangelischen Gesellschaft, oben auf dem Berg. Das war eher in der Nähe von Wuppertal-Vorwinkel, aber es gibt ja noch den Stadtteil Elberfeld. Da ist der Bahnhof, wer von euch mit dem Zug fährt. Dann fährt man durch den Bahnhof Elberfeld durch und dort ist der Pastor Willem Busch geboren worden. Und ja, wer so ein bisschen Ahnung hat, der weiß, das ist so ein Erweckungsgebiet, Wuppertal, so wie das Siegerland, auch hier unser schönes oberbergisches, auch das Schwabenland. Ja, ich denke, da hat auch Gott schon in Pastor Willem Buschs Leben ordnend eingegriffen, dass er dort gewohnt hat. Nun, sein Vater heißt auch Willem Busch und sein Vater ist auch Pastor und es gibt noch zwei Brüder. Einer ist bekannt oder Johannes Busch und der andere ist Friedrich Busch und beide sind auch Theologen. Also das heißt, die waren in Gottes Wort zu Hause, die haben in der Bibel geforscht und wollten einfach Gott und sein Wort besser kennenlernen, seine Brüder. Aber der Willem, der kleine Willi, der hat seinen Eltern wirklich nicht viel Freude gemacht. Und das ist ja manchmal so, dass Kinder nicht immer so die Wege gehen, die wir als Eltern uns so wünschen. Ja, man sagt so schön, kleine Kinder, kleine Sorgen, ja, eure Sorgen sind Bauchweh und trinkt das Kind genug, nimmt es auch nicht zu. Ja, wenn sie in die Schule kommen, dann ist die Frage, kommen sie auch nicht mit und sind die Lehrer nett zu meinem Kind und so weiter. Ja, wenn die Pubertät kommt, dann kommen so andere Fragen auf einen zu und wer große Kinder hat, der weiß, ja, man hat manchmal große Sorgen. Und so hat auch der Willem Busch seinen Eltern eine Menge Sorgen gemacht. Obwohl er im Pastorenhaus aufgewachsen war, obwohl er eigentlich von Kindesbeinen alles wusste, war er ein gottloser Mann, der wirklich, wie er es in einem Zeugnis sagt, und da würde ich euch wirklich an dieser Stelle ermutigen, hört euch mal Predigten vom Pastor Willem Busch an. Ja, man kann sie nicht sehen, natürlich, man gab keine Digitalkamera in der Zeit, als er lebte, ja, so erster, zweiter Weltkrieg, ja, aber man kann die Tonbandaufnahmen von ihm hören. Ich weiß nicht, habt ihr den Mann schon mal gehört? Also ein bisschen derbe, so aus dem Ruhrgebiet, aber ein deutlicher Mann. Also der hat keine langweiligen Predigten gehalten. Da ist keiner eingeschlafen, ich hoffe heute Morgen auch nicht. Aber bei ihm ist wirklich, also das ist wirklich, der ist wirklich Feuer. Da ihm geht es wirklich um Gottes Wort. Ihm geht es wirklich um Jesus, dass man wirklich merkt, bei jedem seiner Worte, Jesus ist euer Schicksal. Da fragt euch, liebe Leute, wie steht er zu Jesus Christus? Das ist ein wundersamer Weg, wie Pastor Willem Busch Jesus gefunden hat. Er war nämlich im Ersten Weltkrieg, da hat er als gottloser junger Offizier, war er dort tätig im Einsatz. Und wenn ihr mal Berichte gelesen habt oder gehört habt, wie es im Ersten Weltkrieg zu ging, dann wisst ihr, das war wirklich ganz, ganz, ganz übel. Ja, schlimme Angriffe, Waffengewalt hoch drei. Und da hat der Pastor Willem Busch, also bevor er sich bekehrt hat, es erleben müssen, dass ein Kamerad neben ihm getroffen, tödlich getroffen wurde. Und der musste sozusagen die letzten Minuten seines Kollegen oder Kameraden erleben. Und da, an diesem Punkt ist Pastor Willem Busch ins Nachdenken gekommen, dass er sich mich gefragt hat, und wenn dieser Schuss mich getroffen hätte, wo wäre ich? Und er wusste, ich wäre in die Hölle gegangen, ich wäre verloren gegangen, weil er Jesus Christus nicht kannte. Ja, und hat sich auch wirklich dann angefangen, über Gott nachzudenken. Er hat gesagt, ich muss Gott suchen, denn wenn der nächste Schuss mich trifft, wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Und so hat er Jesus Christus gefunden, er war dann bei Militärseelsorgern, die konnten ihm leider keinen Weg zu Jesus weisen, aber dann hat er an der Bibelstelle gelesen, das sagt er in seinem Zeugnis, könnt ihr auf YouTube wunderbar nachhören, das heißt, du hast nur ein einziges Leben, das ist dieser YouTube-Beitrag. Und da berichtet er wunderbar, wie das dann war, dass er einfach gesagt hat, Jesus Christus ist gekommen, um zu retten. Und da hat er Jesus als Retter erkannt, als seinen eigenen Retter. Nicht Menschen retten, nur Gott rettet. Und so hat er sich dann für Jesus entschieden, hat Theologie studiert im wunderschönen Tübingen. Ich weiß nicht, ob er schon mal in Tübingen wohnt, erwart, da wohnt zwar schön, aber da hat er Theologie studiert, hat sich ausbilden lassen und ist seinen Weg mit Gott gegangen und hat sich zurüsten lassen als Pastor. Und später, wie wir eben schon hörten, hat er seinen Platz gefunden im Weigelhaus in Essen. Das ist gegründet worden, wie der Name schon sagt, von einem Herrn Weigel. Und das war ein Mann, der nach dem Ersten Weltkrieg ein Herz hatte für junge Leute. Ja, so wie ich frage, haben wir wirklich ein Herz für junge Leute, auch für uns heute als Gemeinde? Das hat ja Nico letztes Mal in seiner Predigt aufgeworfen, ja, schlägt unser Herz für die Jugend, weil es ja oft so sein kann, dass zwischen Jugend und der Gemeinde so eine Kluft entsteht und die einen verstehen die anderen nicht. Aber dieser Herr Weigel hatte, Bruder Weigel hatte ein Herz für die jungen Leute, hatte eine Jugendarbeit aufgebaut, dieses Weigelhaus gegründet und ihr glaubt es gar nicht. In dieser Stadt Essen, über 2000 Jugendliche haben dort sonntäglich ihren Platz gefunden und waren in diesem Weigelhaus. Und Pastor Willem Busch hat diese Arbeit dann fortgesetzt. Und ich habe euch mal so ein Bild eingeblendet für die Kinder von so Bergarbeitern, ja, das könnt ihr euch vorstellen, dass das rauhe Gesellen sind im Ruhrgebiet. Ja, meine Familie ist ja selber aus der Gegend. Ja, das sind Leute oft aus Schlesien, Ostpreußen, die nicht zimperlich sind. Und wenn man so unter Tage weiß und man lebt, es ist gefährlich, ja, es kann an jeder Zeit, kann da was passieren, der Stollen stürzt ein oder so eine Gasexplosion, das ist ja wirklich gefährlich, rauhe Gesellen. Aber es ist nicht wunderbar, dass Gott in seiner Gnade den Pastor Willem Busch ins Ruhrgebiet geführt hat und ein Herz geschenkt hat für diese jungen Leute. Was viele auch nicht wissen ist, dass er dort in Kontakt gekommen ist mit dem späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Also ich weiß nicht, Jochen und Rita sind ja auch so meine Generation. Ich kenne diesen Mann vor allen Dingen von Briefmarken. Ja, aber das war ein Mann Gottes, ja, der wirklich, der CVJM-Vorstand war in Essen und Pastor Willem Busch und er kannten sich und als der Pastor Willem Busch recht unerwartet heimgegangen ist, hat dieser Bundespräsident noch eine Ansprache gehalten an seinem Grab. Ja, und CVJM, christlicher Verein junger Männer, ich bin selbst sozusagen in Hermesdorf mit diesem CVJM aufgewachsen. Ja, das ist wirklich eine gute Jugendarbeit damals zumindest gewesen und es ist eine wunderbare Jugendarbeit dort auch in Essen passiert. Aber was ich an Pastor Willem Busch schätze, ist, dass er kein Blatt vor den Mund genommen hat. Und ich weiß nicht, gerade in dieser Corona-Zeit waren wir ja sehr vorsichtig mit dem, was wir gesagt und gedacht und getan haben. Aber ich weiß, dass der Pastor Willem Busch, der war mutig. Man wollte ihm den Mund verbieten, auch in der Nazizeit. Und wenn ihr ein bisschen wisst, wie das in der Nazizeit war, ist, dann war mal sehr zurückhaltend. Aber er hat sich den Mund nicht verbieten lassen. Ja, er war sogar bereit, ins Gefängnis zu gehen und für seinen Glauben zu leiden. Und er war mehrfach dort. Und 1939, glaube ich, hat man ihn sogar reichsweit im Dritten Reich gesagt, du darfst dir nichts mehr sagen. Man hat ihm Redeverbot erteilt. Aber was wir eben auch hörten, sein Herz schlug für die Jugendlichen. Ja, auch in der Nachkriegszeit. Da gab es Jugendzeltlager. Da kamen viele junge Leute zu Pastor Willem Busch. Er hat ein Herz gehabt für sie. Er hat mit ihnen über das Zentrum des Daumens gesprochen. Und er hat mit ihnen über Jesus Christus gesprochen. Und da muss ich sagen, das ist wirklich etwas Beeindruckendes aus Pastor Willem Buschs Leben. Eure Frage, auch ihr, die ja schon ein bisschen älter seid, habt ihr dieses brennende Herz für die jungen Leute? Sprecht er sie an? Sprecht er sie auf den Glauben an? Sprecht er sie auf Jesus Christus an? Ich werde gleich auf diesen Punkt zurückkommen. Aber was ich so beeindruckend finde, ist, dass wenn Pastor Willem Busch war, das Wort Gottes wichtig. Wenn es im Gottesdienst war, dann ging es ihm in erster Linie nicht um die Liturgie. Das sind die ganzen Lieder und so das Ganze drumherum. Wer schon mal in der evangelischen Kirche war oder in der katholischen, der weiß, es geht so um viel drumherum. Aber ihm war die Predigt. Für ihn war das das Zentrale. Und das, was wir heute Morgen nicht machen konnten, war ihm auch wichtig. Ja, das ist dieser fröhliche Gesang und ihr könnt es mir glauben, ich habe es in einem Buch von ihm gelesen, da ging es richtig laut zu. Wenn die ganzen jungen Leute, die 2000 gesungen haben im Gottesdienst, da ging wirklich die Post ab, da war wirklich Freude. Und ich hoffe, dass es bei uns auch mal wieder so laut werden wird. Was auch sehr beeindruckend ist, das Glauben, es ist wirklich unfassbar, finde ich, dass man, ich habe es, ich stelle es mal verkürzt da, man ist den jungen Leuten nachgegangen. Man hat Besuche gemacht. Der Pastor Wilhelm Busch hat Mitarbeiter gesucht und da hat er nicht irgendwelche genommen, sondern er hat junge Leute genommen, die treu waren, um die 20, die auch bereit waren, niedere Dienste zu tun. Ja, vielleicht mal die Toilette irgendwo sauber zu machen oder irgendwas Kleines, mal in den Saal zu kehren oder was. Und da hat er gemerkt, oh, das sind treue Leute, die kann ich gut gebrauchen. Weil er sagte, wer im kleinen Treu ist, so wie Gottes Wort es sagt, der ist auch im Großen treu. Und diesen Leuten hat er diese Aufgaben dann anvertraut, die Verantwortung für junge Leute zu geben. Und das war wirklich so. Also Sonntag war damals im Weigelhaus in Essen ein wirklich volles Programm. Ja, da war morgens Gottesdienst, eine Stunde lang und die jungen Leute alle dabei. Und nachmittags sind die ganzen verantwortlichen Mitarbeiter ausgeschwärmt in ganz Essen, haben über pro Woche über 2000 junge Leute besucht, um den Kontakt zur Gemeinde warm zu halten. Und das könnten wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen, dass man so eine Mühe machte und so lagen ihnen die jungen Leute an Herzen, dass man wirklich viele, viele Besuche gemacht hat und sie persönlich auch konfrontiert hat mit dem Evangelium, konfrontiert hat mit Jesus Christus und seiner guten Botschaft. Und was ich wichtig finde bei ihm ist, er hat keine Kompromisse gemacht, der Pastor Willem Busch. Für ihn war klar, ja, Jesus sagt zwar, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, aber Pastor Willem Busch sagt es sehr eindrücklich, es gibt aber nur einen Weg rein zu diesen Wohnungen. Da gibt es nicht mehrere Wege, nicht was die Religionen so sagen oder religiöse Formen, sondern es gibt nur einen Weg und das ist Jesus Christus selbst. Und deswegen lag Pastor Willem Busch, Jesus war am Herzen, weil er wusste, er ist der Weg zum Vater. Und man kann nur durch ihn zu Gott kommen. Und da finde ich wirklich Pastor Willem Busch auch für mich persönlich so vorbildlich. Und ein anderer Punkt ist so wichtig für mich, und das möchte ich euch auch ans Herz legen, dass ihr den Menschen, mit denen ihr es zu tun habt, die Wahrheit sagt. Pastor Willem Busch ist in Kontakt gekommen mit einem Journalisten und fragt, ja, warum machen sie denn das alles ganzes, warum halten sie diese Vorträge? Und dann hat er ihnen gesagt, ja, weil ich Angst habe, dass die Menschen in die Hölle kommen. Und ich sage mal ganz ehrlich, wenn man hier vorne steht, der Klaus weiß, dass auch der Predigtdienste macht, ja, Daniel macht Predigtdienste, man hat eine Verantwortung. Man weiß, es sind Seelen, die sich vor Gott zu verantworten haben. Und die Frage ist, wo bringt ihr eure Ewigkeit zu? Und wenn man weiß, es gibt ein Verlorenen gehen. Die Hölle ist nicht nur irgendeine Geschichte. Ich sage das meinen Schülern in der Schule immer wieder. Das ewige Verlorensein, die Hölle, das ist nicht ein Märchen, das ist nicht irgendeine Story, sondern das ist Tatsache. Und das wirst du zu spüren kommen. Und der Pastor Willem Busch war so mutig und hat es dem Journalisten gesagt. Er hat gesagt, okay, sie glauben nicht an die Hölle, sie lachen über mich. Aber warten wir mal ab in 100 Jahren. Da wissen sie, ob Gottes Wort recht hat oder sie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, haben wir diesen Mut, so ein bisschen, was ich eben sagte, so deutlich, derbe, wie Pastor Willem Busch vielleicht war, den Menschen das zu sagen, haben wir den Mut, die Mitmenschen, mit denen wir es zu tun haben, so zu konfrontieren? Ja, ich wünsche uns diesen Mut. Und diesen Mut hatte unser Herr selbst. Und da bin ich jetzt bei unserem Predigtext, um den es heute geht. Ich greife natürlich einzelne Elemente nur raus. Ich möchte nur einzelne Gedanken beleuchten. Ja, ich habe den ersten Teil der Predigt überschrieben mit Jesus, sein Schicksal. Ja, wir haben an Pastor Willem Busch gesehen, dass Jesus Christus ist ihm wirklich zu seinem persönlichen Schicksal geworden. Jetzt geht es mir darum, Jesus, unser Schicksal. Und da haben wir einen wunderbaren Bibeltext da. Das ist für mich leider jetzt ein bisschen klein, weil ich meinen Notebook nicht habe. Ich lese uns mal vor, das ist Johannes 8. Da geht es um das berühmte Licht der Welt. Das ist das, wo die Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt wird. Und die Leute sagen, ja, sie wollten ja Jesus versuchen. Und Jesus sagt zu diesen Leuten, die da um ihn waren, ja, wer ohne euch, ohne Sünde ist, der werfer den ersten Stein. Und ihr wisst, nach und nach gingen die Leute weg. Und zwar von den Ältesten angefangen bis zu den Jüngsten, bis zum Geringsten. Ja, also die in Verantwortung waren oder die schon älter waren, die haben gemerkt, wir haben keinen Rechten, Stein zu werfen. Und bis zum Jüngsten gingen sie alle weg, nur dass Jesus Christus nur übrig blieb. Und in diesem Kapitel spricht Jesus Christus davon, dass er das Licht der Welt ist. Wahrscheinlich spielt dieses Kapitel sozusagen Johannes 8 beim Laubhüttenfest. Das war mir gar nicht so bewusst. Beim Laubhüttenfest hat man in einem Bestandteil des Tempels, so in der Frauenhalle, ja. Es gibt ja, der Tempel hat ja verschiedene Bereiche. Ich denke, so viel wissen wir, ja, da gibt es einen Bereich Vorhof der Heiden. Ja, und dann kennen wir natürlich ganz innen drin das Allerheiligste, dann das Heiligste, dann, wo die Männer ihren Platz sind und davor quasi der Hof der Frauen. Und in diesem Hof der Frauen hat man dann so ganz helle Kerzen, ganz helle Lichter entzündet. Und diese hellen Lichter haben den ganzen, diesen Tempelbereich erhellt. Aber Jesus sagt eigentlich, wenn er über sich spricht, dass er das Licht der Welt ist, dass das viel mehr ist. Und das haben viele von uns erfahren. Deswegen sagen wir, Jesus ist unser Schicksal. Ihr habt erfahren, Jesus Christus ist auch mein Licht. Durch ihn bin ich rausgekommen aus der Finsternis. Und ich weiß nicht, in welcher Finsternis ihr persönlich mal wart, bevor ihr Christen geworden seid. Ich kenne euch nicht. Vielleicht, die meisten von euch sind wahrscheinlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Gut. Aber wenn man Jesus nicht kennt, so wie bei Pastor Wilhelm Busch, dann kann man trotzdem in der Finsternis sein. Gut, ich weiß, dass ich damals, als ich kein Christ war, in dem einen oder anderen okkulten Sachen drin war, in welchen Horrorfilmen oder okkulte Musik, die ich sehr konsumiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich sehr froh, dass mir Jesus Christus mein Licht geworden ist, dass ich rausgekommen bin aus der Finsternis. Und es wäre sehr interessant, wenn wir heute Morgen mal erzählen würden, wie habt ihr Jesus Christus kennengelernt? Wie war Gottes Weg von euch persönlich? Ich meine, wir haben nicht die Zeit und nicht den Raum, das heute Morgen mal zu erzählen. Aber es wäre gut. Und ich habe eben gehört, es tat euch gut, diese Gemeinschaft in den Hausgemeinden. Und ich hoffe, dass ihr auch mal erzählt habt, ihr habt euch natürlich besser kennengelernt. Ich denke, oft war es so in der Gemeinde, ja, man sagt, guten Tag, guten Weg. Und dann ging man auseinander und vielleicht so die Clique, die kannte man näher. Aber dadurch, dass ihr in den Hausgemeinden wart, habt ihr euch doch näher kennengelernt. Aber ich hoffe, dass ihr auch die Gelegenheit genutzt habt. Wenn nicht, nutzt sie bitte, euch zu erzählen, wie ihr Gott kennengelernt habt. Wie Jesus euch gefunden hat. Ich glaube, da werden sehr, sehr interessante Berichte dabei herauskommen. Und ich möchte an dieser Stelle mal einschieben, bevor ich das in den Text uns vorlese, dass mich das sehr beeindruckt, wenn ich immer wieder die Zeugnisse unserer Täuflinge höre. Und mein Schulleiter, manche von euch kennen ihn, Eduard Martens, hat mir erzählt, er ist in der Gemeinde in Köln-Ostheim, dass es dort so ist, wenn die Täuflinge ihr Zeugnis geben, dann wird dieses Zeugnis übertragen im Internet. Also nicht nur für die Gemeinde intern, sondern die Zeugnisse sind so oft beeindruckend, wie die jungen Leute Jesus gefunden haben, dass sie durch andere zum Glauben kommen. Und ich finde das für uns eigentlich eine ganz gute Idee, dass wir die Zeugnisse der Täuflinge nicht intern nur für uns behalten, sondern sie einfach als Licht herausstrahlen lassen, auch an andere Menschen, vielleicht auch bei YouTube oder auf welchem Weg auch immer. Ja, ich lese uns jetzt den Bibeltext vor, aus dem ich mal einzelne Gedanken beleuchten möchte. Johannes 8, Abvers 27 Aber sie verstanden immer noch nicht, dass er von Gott, dem Vater, zu ihnen sprach. Deshalb fügte er hinzu, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr erkennen, wer ich bin. Dann werdet ihr begreifen, dass ich nichts von mir selbst austue, sondern rede, wie und was der Vater mich gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, steht mir bei und lässt mich nicht allein. Denn ich tue immer, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, sagte Jesus nun, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus, jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört immer dazu. Wenn euch also der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ja, es sind viele hier, die Jesus Christus so kennengelernt haben als ihren Herrn, die jetzt unterschreiben würden, Jesus ist mein Schicksal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist manchmal so, ich erzähle euch mal, was wir machen, samstags morgens mit einigen Brüdern so einen Gebetsspaziergang, also früh morgens, wenn viele von euch vielleicht noch schlafen, um sieben Uhr gehen wir durch den Wald und hier in der Nähe von Hermesdorf, da ist so eine wunderschöne schöne Lichtung. Diese Lichtung ist im sogenannten Schöntal und da habe ich mal ein Foto gemacht, das man hier so ein bisschen sieht. Also ich finde, die Schöpfung Gottes ist wirklich ein Wunder. Aber wenn wir dort zusammentreffen als Brüder, erzählen wir uns untereinander, wie es uns so geht. Und ein Bruder hat ein Wunder berichtet. Er war durch diese spezielle Corona-Situation irgendwie in Gewissensnöte gekommen. Und da ging es um solche Listen, ja, Impfen und so weiter und so fort, ihr wisst, was ich meine. Und er war echten Nöten und Herzensnöten. Hat es aber einfach gewagt, den Herrn zu bitten und Gottes Anliegen vorzubringen. Und da ist das Wunder passiert, diese Liste, um die es ging, ist verschwunden. Und einer der leitenden Mitarbeiter, so hat er es erzählt, und dieses Zeugnis wird er heute am anderen Standort auch erzählen, hat dafür gesorgt, dass der leitende Mitarbeiter ihn eingetragen hat in diese Liste als kein Interesse an der Impfung. Okay, das hat dieser Bruder als Wunder gesehen. Ja, und das muss ich wirklich sagen, das sind so kleine Wunder in unserem Alltag. Und die können wir immer wieder erleben, wenn wir Gott wirklich rein praktisch vertrauen. Und so ging es den Menschen, die um uns, um Jesus herum waren. Das waren auch suchende Menschen. Aber wir wundern uns vielleicht, hier ist ja die Rede davon, dass Jesus sagt, sie glaubten an ihn. Da könnten wir doch eigentlich sagen, wunderbar. Sie glauben an ihn, dass sie sagen, Jesus sprach davon, dass er erhöht werden wird und dann werden sie was kapieren. Und da bleiben Leute zurück, die an ihn glauben. Aber er konfrontiert sie mit harten Wahrheiten. Er sagt, okay Leute, ihr glaubt vielleicht, dass das Reich Gottes kommen wird, wunderbar. Ihr glaubt vielleicht, dass ihr Buße nötig habt, das ist auch gut. Aber dabei kann es nicht stehen bleiben. Und wenn ich jetzt hier alle in diesem Raum fragen würde, glaubst du, dass es das Reich Gottes gibt, würden alle Leute sagen, ja, glaube ich dran. Dann würde ich sagen, glaubst du, dass man Buße tun muss? Ja, glaube ich. Aber das ist nicht das Entscheidendste. Das Entscheidendste ist, das, was der Jesus hier sagt, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch sage. Nicht nur hören, wie im Gleichnis, wo die Saat ausgestreut wird, nicht nur bleiben, sondern Frucht bringen. Dranbleiben, hören. Ihr habt es nötig, dass euch die Augen geöffnet wird. Ihr werdet dann die Wahrheit erkennen, sagt der Jesus. Und ihr müsst erst mal frei werden, weil ihr seid noch Sklaven der Sünde. Und dann kommt ihr zum Durchbruch. Ich hoffe, dass ihr diesen Unterschied versteht. Viele von uns, die sagen, Jesus ist mein Schicksal, die mit mir unterschreiben würden, Jesus ist unser Schicksal, die würden sagen, ja, wenn er das stimmt. Ich weiß, dass der Jesus für mich, ich weiß, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich weiß, dass das Reich Gottes da ist. Ich weiß, dass Menschen, die Gott nicht kennen, gottlos sind. Aber noch mehr, der entscheidende Schritt ist, kennst du Jesus Christus persönlich? Das ist ein Unterschied. Kennst du ihn wirklich als deinen Herrn? Und da frage ich gerade die Kinder. Du glaubst, dass Gott da ist. Du glaubst, dass das Evangelium stimmt. Aber ich frage euch, ihr Kinder und Jugendlichen, glaubst du wirklich, oder ist Jesus Christus dein persönlicher Herr? Wohnt er in deinem Herzen oder nicht? Das ist die entscheidendste Frage. Und das heißt für euch alle, die ihr das jetzt hört, und wenn ihr merkt, wenn ihr unruhig werdet und sagt, boah, wenn ich ehrlich bin, ich kenne Jesus gerne nicht als meinen Herrn, dann möchte ich euch ermutigen, bleibt bei dem, was Jesus sagt. Bleibt bei dem, was ihr gerade gehört habt. Vielleicht erkennst du, ich bin immer noch ein Sklave der Sünde. Ich würde verloren gehen ohne Jesus Christus. Wenn der Herr Jesus euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber, eine Folie schon zu weit, in der Kirche aufgewachsen. Ich habe eben erzählt vom CVJM in Hermesdorf. Und ich habe immer wieder, ich habe das auch in meinem Zeugnis, als wir in die Gemeinde hier reingekommen sind, habe ich erzählt, wie ich Christus, vielleicht eine Folie zurück, sonst lenkt es ein bisschen ab. Ja, ich war im Posaunenchor dabei. Und da waren auch gläubige junge Leute, gläubige Männer mit dabei, mit mir in der Stimme, wo ich gespielt habe, im Turnor. Aber, so wie das vielleicht beim Pastor Willem Busch war, und wenn man gerade aus christlichen Elternhäusern kommt, ist es vielleicht auch so die Gefahr, dass man einen nicht wirklich mit Jesus Christus konfrontiert. Ich mache da keinem einen Vorwurf. Aber ich hätte es mir so gewünscht im Nachgang, jetzt im Nachhinein, dass einer zu mir gesagt hätte, hör mal Werner, kennst du wirklich Jesus als deinen Herrn? Hast du dich bekehrt? Hast du ihm deine ganze Sündenlast gebracht? Und Pastor Willem Busch, da war das anders. Er hat den jungen Leuten gesagt, wisst ihr Leute, wenn ihr geboren werdet, dann ist das so, als hättet ihr so einen Eisenreifen um euren Hals. Und jede Sünde, die du machst, deinen Eltern ungehorsam sein, Lügen in der Klassenarbeit pfuschen, dann kommt immer so ein Kettenglied mehr und mehr dran und die Kette wird immer länger. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann zerschlägt dir diese Sündenkette, diese Schuldenkette oder Schuldkette und du bist frei. Und ich wünschte, das hätte mir einer gesagt. Aber ich möchte euch sagen, Gottes Zeit war eine andere bei mir am Leben. Ich habe erst nach dem Abi persönlich, wo ich dann einfach Jesus kennenlernen durfte, nach und nach vom Wissen her, im Gebetskreis hier im Hollenberg-Gymnasium, das war sehr prägend, auch Marco Fedder, an den ich immer wieder gerne denke, der mir viel Gutes gesagt hat. Aber irgendwann bin ich persönlich zum Durchbruch gekommen, dass ich Jesus als meinen Herrn angenommen habe. Aber ich würde euch bitten, dass ihr auch sozusagen wie Pastor Willem Busch seid und Menschen mit dem konfrontiert. Ist Jesus Christus wirklich dein Herr? Hast du ihm deine ganze Sündenlast gebracht? Und ich weiß, von was ich rede. Die Frage ist, sagt man das auch seinen eigenen Kindern? Spricht man mit ihnen deutlich, dass es ein Verlorengehen gibt? Sprichst du mit den Nachbarschaftskindern drüber? Sprichst du mit deinen Nachbarn drüber? Sprichst du mit deinen Arbeitskollegen drüber? Machst du deinen Kollegen oder deinen Nachbarn deutlich, du hast diese Schuldkette an deinem Hals und du gehst ewiglich verloren. Du kommst in die Hölle, du gehst verloren. Sagst du ihnen das? Oder verschweigst du ihnen diese Wahrheit? Und es ist wirklich eine große Gefahr, dass man diese wichtige Botschaft verschweigt. Denn die Juden damals, mit denen der Herr Jesus zu tun hatte, die wussten um diese Wahrheit noch nicht. Die sagten, ja, wir sind doch Abrahams Kinder. Ja, sagt Jesus, das stimmt. Ihr leitet euch von Abraham euch ab. Und ist es bei uns manchmal nicht ähnlich? Die einen sagen, gerade wenn man aus der Kirche kommt, so wie ich früher, ja, Martin Luther, unser großer Reformator, unser Vater, sozusagen Glaubensvater, der für mich ein Vorbild ist. Und die einen sagen, ja, der Menno Simons, das war ein ganz wichtiger Mensch. Und andere haben Glaubenszellen. Vielleicht so, weiß ich nicht, in der Nazi-Zeit, Dietrich Bonhoeffer oder in der früheren Sowjetunion. Dann bezieht man sich auf solche Glaubenshelden, auf Väter im Glauben. Aber es ist gut, diese Vorbilder zu haben. Aber die Frage ist, ist Gott im Himmel mein Vater? Und kann jeder heute Morgen hier an diesem Standort sagen, er ist mein Herr, er ist mein Vater? Und ich bitte dich, dass keiner locker lässt, dass er, wenn ihr merkt, bei dem, was er hört, Gott ist nicht mein Vater, dann redet ihr Kinder, ihr Jugendliche mit Papa und Mama drüber. Noch heute kann Gott dein Vater werden, indem du Jesus Christus als deinen Herrn annimmst. Und dann wirst du sehen, dass du frei wirst. Jesus sagt den Menschen, mit denen er es damals zu tun hatte, um denen es in unserem Predigtext geht, er sagt ihnen ganz deutlich auf den Kopf zu, ihr meint Gott zu dienen, ihr meint Gott sei unser, Gott im Himmel ist euer Vater, aber das stimmt nicht. Ihr habt einen ganz anderen Vater, das ist der Teufel. Da nimmt der Herr Jesus kein Blatt vor den Mund. Und ich denke, dass wir die Menschen mit dem was zu tun haben, wo wir oft so diplomatisch sind, wo wir oft um den heißen Brei herumreden, dass wir die mit dieser Botschaft voll konfrontieren, wer es Geistes sozusagen die sind, wer ihr Vater ist und sagen, ihr geht verloren, aber ihnen auch zugleich das Evangelium eröffnet und sagt, ja, da ist die Brücke zu Gott und das ist Jesus. Das, was auf Golgatha vor ungefähr 2000 Jahren passiert ist, das gilt auch dich, nur es ist wichtig, dass du persönlich daran glaubst. Und ich möchte euch wirklich ins Herz legen, sprecht die Menschen in eurem Umfeld auf Jesus, den Retter, an. Wie gesagt, sprecht die eurer eigenen Kinder an, die Kinder eurer christlichen Nachbarn. Wenn ihr Kindergottesdienst habt, fragt die Kinder immer wieder, wie stehst du persönlich zu Jesus? Ist er wirklich dein Herr? Wenn du jungsche Arbeit machst, wenn du Jugendarbeit machst, ja, denk nicht immer, wie die Leute es von mir damals gedacht haben, aber bei Werner ist schon alles okay, der ist ja Christ, wo mich keiner gefragt hat, nach dem Zentrum. Und denke nicht immer mit den Kindern, mit denen es zu tun ist, in deiner Kinderstunde oder Jugendarbeit oder bei den Teenies in der Jugendarbeit, ist bei denen alles in Ordnung. Sie sind vielleicht christlich, aber sie sind keine Christen. Und ich habe das als Lehrer erlebt in der Schule in Gummersbach, wo ich hohe Stücke gehalten habe auf manche Schüler. Die waren immer brav, super Leistungen. Bis ich dann gehört habe, ja, die haben sich bekehrt und haben sich taufen lassen. Und ich habe immer gedacht, ja, bei denen ist alles in Butter. Aber da scheint sie jemanden konfrontiert zu haben mit der Wahrheit, so dass sie Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben und Gott wirklich in dem Augenblick der Vater geworden ist. Und da komme ich so zum anderen wichtigen Punkt und da möchte ich uns so fast jetzt am Schluss mit ans Herz legen. Ja, von was ist unser Reden so voll? Also klar, das berühmte Mad-Igel-Virus sage ich ja immer, Corona-Virus, ja. Ich sage das nicht verächtlich, ja. Aber so Corona, ich erlebe das mit jungen Leuten, wenn ich zusammen bin oder wenn wir unseren Gebetsspaziergang machen. Ja, wir machen uns natürlich Gedanken über die ganzen Maßnahmen und Impfen und Testen, ja. Aber ich sage mal so, mich machen diese Gespräche nicht froh, ja. Mich ziehen sie ehrlich gesagt immer runter, ja. Corona, Corona. Aber es gibt auch andere Themen, ja, die wir so im Mund haben. Ja, Arbeit, Arbeit und der ganze Stress, die Maloche mit dem Geld, der Hausbau wird teurer, wir bauen gerade neu, die Materialien sind schon wieder teurer. Mensch, es gibt doch so viel Holz. Unsere Wälder sind voll und warum verschiffen wir das ganze Zeug nach China und es wird alles teurer. Ich weiß nicht, was ihr für Themen habt. und die Frage ist, in unseren Gesprächen ist Jesus ein Thema. Ich weiß nicht, könnt ihr den Namen Jesus hier irgendwo sehen? Du bist ja schon in der Schule, ne? Welcher Klasse bist du? Sechste. Komm mal gerade nach, ja, schon habe ich mich sehr vertan. Komm mal nach vorne. Entdeckst du, dann kannst du es hier besser sehen. Schau mal, ist da auf dieser Folie irgendwo Jesus zu sehen? Wo denn? Zeig uns das mal. Lauf mal da hin. Ja, aber noch an der anderen Stelle. Seht ihr? Guck mal. Ah, warum hast du den so spät entdeckt? So, klein geschrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielen Dank. Das geht in unserem Leben oft vielleicht uns genauso. Ja, viele Dinge schreiben wir groß. Gerade das erste Thema ist sehr groß in unserem Leben. oder unser Haus, was auch immer. Oder ich habe jetzt mal mein Auto da genommen. Ja, ich meine, ich bin begeistert über das Auto, ja, weil es so sparsam ist, brauche keine vier Liter, weil es einen Hybridmotor hat, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich wünschte mir, die Begeisterung, die ich über unser Hybridauto habe, hätte ich oft über Jesus, ja? Und wenn wir ehrlich sind, ich glaube, viele von uns müssen es zugeben, in unserem Leben ist oft Jesus so klein geschrieben, dass wir ihn so gar nicht entdecken. Ja, man sagt so, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Aber ist das wirklich in unserem Leben so, dass unser Mund von Jesus Christus übergebt? Ich wünsche es uns allen, ich wünsche es auch mir, dass der Herr uns wirklich erfüllt und dass wir wirklich von ihm reden, dass wir nicht von dem schweigen können, was wir mit unserem Herrn erlebt haben, dass wir nicht von dem schweigen können, was unser Herr uns bedeutet. Und damit komme ich zum letzten Punkt, Jesus, dein Schicksal. Also, ihr habt es ja gemerkt, Jesus, sein Schicksal, da ging es um Pastor Wilhelm Busch und dann ging es um uns als Gemeinde, die wir Christen sind, ja, Jesus, unser Schicksal, was viele von uns unterschreiben würden, aber jetzt geht es persönlich um dich, ja, um jeden Einzelnen von uns. Und ich möchte dich wirklich fragen, an Jesus Christus wird sich dein Schicksal entscheiden? Und ich könnte jetzt mit meinem Finger auf jeden von euch zeigen. An Jesus entscheidet sich dein Schicksal. Wo verbringst du dein Leben? Ist das die linke Seite? Das seht ihr auf diesem Bild mit dem breiten Weg. Ist da die Hölle, die ewige Verdammnis, auf die du zusteuerst? Oder ist es dann die wunderbare Ewigkeit, neuer Himmel, neue Erde, Jesus Christus, wo Gott bei uns wohnen wird, wo wir Gott sehen werden, wo wir Jesus sehen werden, wo wir ihn anbeten werden. Was ist deine Zukunft? Und stell dir bitte heute Morgen die Frage, ist Jesus mein Herr? Ja, an Jesus entscheidet sich das von jedem von uns, wo du die Ewigkeit zubringen wirst. Und geh heute bitte nicht schlafen, bis du an diesem Punkt Sicherheit hast. Ich weiß, ich werde die Ewigkeit bei Gott verbringen. Ich weiß, Jesus mein Erlöser lebt. Ich weiß, Jesus ist mein Retter. Und das möchte ich jedem von euch mit sozusagen als Hausaufgabe mitgeben. Frag dich, wie du zum Herrn stehst. Und es kann ja sein, dass du noch heute Morgen in so einem Gefängnis der Verzweiflung bist. Und du weißt nicht ein noch aus mit deiner ganzen Schuld, mit deinem ganzen Versagen. Auch als Christ kann man versagen, ja. Aber vielleicht kennst du ja gar nicht Jesus als Herrn. Und du bist in dem Gefängnis der Sünde und Schuld und Not. Du bist ein Sklave des Teufels, was wir eben gehört haben. Und da lese ich uns zum Schluss einen Bericht vor vom Pastor Wilhelm Busch. Er war halt im Gefängnis. Und da sind einige Leute gekommen, die so übergangsmäßig dahin gekommen sind. Und für die sollte es dann weitergehen Richtung Konzentrationslager. Stellt euch mal vor, ihr seid im Gefängnis. Und dann hörst du die Leute, die wissen, es geht weiter Richtung Konzentrationslager. Die wissen, ihr irdisches Leben ist bald zu Ende. Und ich bitte euch, dass ihr noch ein bisschen Geduld habt, dass ihr diesen Bericht noch lesen darf, weil der mich sehr, sehr beeindruckt und beeinflusst hat. Und da schreibt der Pastor Wilhelm Busch so wunderbar, und sehen Sie, auch darum möchte ich Jesus haben. Ich brauche einen, dessen Hand ich halten kann. Mich hat das Leben in sehr dunkle Tiefen geworfen. Ich habe um meines Glaubens willen in narzisstischen Gefängnissen gesessen. Da gab es Stunden, in denen ich dachte, jetzt ist es nur noch ein Schritt, bis das dunkle Reich des Wahnsinns beginnt, wo man nicht mehr zurück kann. Und dann kam Jesus, und es wurde alles gut. Das kann ich Ihnen nur so bezeugen. Ich habe einen Abend im Gefängnis erlebt, an dem die Hölle los war. Da haben sie einen durchgehenden Transport von Leuten eingeliefert, die ins KZ gebracht werden sollten. Leute, die gar keine Hoffnung mehr hatten. Teils kriminelle, teils schuldlose Leute, Juden. Diese Leute packten an einem Samstagabend die Verzweiflung. Und dann brüllte alles los. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ein ganzes Haus mit lauter Zellen, voll Verzweiflung, wo alles schreit und gegen die Wände und Türen donnert. Die Wärter werden nervös und knallen mit ihren Revolvern gegen die Decke, rennen herum, prügeln einen zusammen. Und ich sitze in meiner Zelle und denke, so wird die Hölle sein. Das kann man schlecht schildern. In dieser Situation nun fällt mir ein Jesus. Er ist ja da. Ich erzähle Ihnen, was ich tatsächlich selbst erlebt habe. Dann habe ich nur leise, ganz leise in meiner Zelle gesagt, Jesus, Jesus, Jesus. Und in drei Minuten wurde es still. Verstehen Sie? Ich rief ihn an. Das hörte kein Mensch, nur er. Und die Dämonen mussten weichen. Und dann sank ich, was streng verboten war, so wie heute, ganz laut. Jesus, meine Freude, meines Herzens weide, Jesus, meine Zier. Ach, wie lange, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Und alle Gefangenen hörten es. Die Wärter sagten kein Wort, das sich laut sang. Mag von Ungewittern rings die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Meine Freunde, da habe ich etwas gespürt, was das bedeutet, einen lebendigen Heiland zu haben. Und ich hoffe, dass wir das unterschreiben, dass wir das auch spüren. Wir haben einen lebendigen Heiland. Ich hoffe, dass wir es in diesem Gottesdienst auch für uns neu erkannt haben. Wir haben einen lebendigen Heiland. Und ich wünsche es euch, dass jedem, der hier ist, dass Jesus auch der Heiland für dich lebendig wird. Dass jeder sagen kann, ich folge Jesus nach. Ich gehöre dem Herrn. Denn wie wir es gehört haben, Jesus wird auch dein Schicksal sein. Und frage dich, wo du, wenn Jesus heute wiederkäme, du deine Ewigkeit verbringen würdest. Und an Jesus entscheidet sich alles. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich für Jesus entscheidest. Und wenn du dich schon entschieden hast, dann wünsche ich dir, dass du es neu erkennst, dass du einen lebendigen, treuen Herrn hast. Und danke ihm dafür, dass er gerade dich gefunden, dass er gerade dich gerettet hat. Und ich möchte noch mit uns beten und ich würde euch bitten, dazu aufzustehen. Und ich hoffe,